So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ram, es ist der Dicke eine neue Folge Unboxing. Ich habe wieder zwei Pakete für euch vorbereitet, auf das habe ich noch gewartet, sonst wäre das mit dem letzten Video gekommen. Das hier kam überraschend, da wusste ich nichts von, da wurde mir auf einmal eine Sendungsnummer geschickt. Das ist ein Verkostungspaket, ein Ernährungspaket, das ist ein Bierschanga-Paket, Verpflegung genau, dieses Wort habe ich gesucht. Das heißt, das ist von Bierschanga und das ist Bier. Das ist von Bierschanga und das ist Bier. Man erkennt es vielleicht hier in der Flasche, ich möchte das von Bierschanga auch zuletzt aufmachen, weil da weiß ich absolut nicht, was drin ist. Hier sieht man aber schon wieder, Biertasting-App, weil ich mit dem Hannes ja immer so gerne irgendwelche Biertastings mache und gesagt habe, was kannst du denn noch bestellen, was gibt es denn noch, ich forste mich immer durch die Einkaufszentren. Wenn ich dann eine Bierbox sehe oder so, nehme ich das mit, sehe ich einen Fass, nehme ich das mit, sehe ich eine 3 Liter Flasche, nehme ich das mit, um Biertasting mit Hannes zu machen. Jetzt haben wir schon wieder irgendwelche Dosen gehabt, dann haben wir schon wieder dies gehabt, das gehabt, jenes gehabt. Und das ist das Einzige, was ich jetzt noch gefunden habe, was wir noch nicht getestet haben. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist schon wieder das beste Bier der Welt, weil alles, was du irgendwo bei Amazon oder so findest, als Boxen, als Sets mit verschiedenen Bier drin, ist jedes Mal Ippa und Pale Ale. Ippa und Pale Ale, ihr wisst, Pale Ale ist richtig bitter, schmeckt wie Spülmittel, total künstlich. Und noch schlimmer als Pale Ale ist, Ippa, Ippa ist so bitter, Ippa ist bitter, Ippa ist richtig Chemie, einfach nur, ich kann nicht verstehen, wie man das überhaupt trinken kann. Jetzt ist hier ein schöner Zettel dabei. Das ganze Ding ist nämlich Meisel and Friends Pure Passion, also purer Brechreiz, Imperfektion. Und jedes Mal, wenn wir Ippa trinken, verzieht sich das ganze Gesicht, es ist so brutal. Was das jetzt aber genau ist, das erfahrt ihr ja dann im Biertasting. Ich kann euch nur zeigen, dass das 1, 2, 3, 4, 5, 5 verschiedene Sorten sind, 5 verschiedene Biere mit verschiedenen Alkoholgehältern. Hier 6, 3, 6, 6, 5, 2, 5, 3 und ein Alkoholfreies ist auch noch drin. Das West Coast Ippa kenne ich sogar, das gab es mal beim Street Food Festival. Wer das Video gesehen hat vom Street Food Festival in Coburg, der wird das sogar kennen. Ich glaube, das Pale Ale von Meisel and Friends gab es dort auch. Das heißt, eigentlich ist nur das normale Ippa, das helle und das Alkoholfreie neu. Aber Hannes war ja nicht beim Street Food Festival dabei, deswegen kennt der die nicht. Das ist also dann der Karton, da sind die alle drin. Müssten 2 Biere jeweils sein, von jeder Sorte. Ich kann nur ganz kurz mal gucken nach. Der Flasche ist eine kleine Flasche, jedes Mal 330 Milliliter. Aber das muss ich, wie gesagt, dann mal testen mit dem Hannes, wenn der Hannes hier ist. Das genau, das müsstet ihr kennen. Das ist dieses West Coast Ippa, was absolut schrecklich schmeckt. Jetzt kann der Hannes dann, wenn er kommt, das auch mal erleben. Das machen wir jetzt wieder zu. Wie gesagt, wir wollen euch nicht alles zeigen, weil das seht ihr im Biertasting. Ihr wisst aber jetzt, dass wir hier dieses super, was für das, oh, meine DVDs sind alle runtergefallen, dass ihr auf jeden Fall wisst, da wird irgendwann noch was kommen. Machen wir jetzt mal das Paket vom Bierschanga auf. Der Bierschanga, der kocht ja immer, der legt ja immer ein, der macht auch immer Soßen, der würzt, der speist, der macht einfach, wie das Herz begehrt. Könnt ihr ja selbst auf YouTube verfolgen. Gebt der Bierschanga ein, also großes B, 3, 3, großes R und dann Yanga, ne, Bierschanga. Also könnt ihr auch alles kleinschreiben, ist egal, hat denselben Effekt. Was hat ihr jetzt hier drin? Ich habe immer noch mein Lecho von Bierschanga hier rumstehen. Da muss ich mir vielleicht mal so ein Schnitzel kaufen. So ein einzelnes Schnitzel in der Packung, das mal machen und probieren, damit wir hier nichts liegen lassen. Hier ist eine Katte. Plätzchen naschen kannst du auch später. Das ist auf jeden Fall eine schöne Katte. Der ist hier voll traurig. Der macht hier so den Gummimund. Oh, der ist total erstaunt. Unten der freut sich. Plätzchen naschen kannst du später. Hier steht jetzt, wieder mal ein kleines Naschi-Paket zum Schlemmen. Bin gespannt auf deine Barbecue-Soßen-Meinung. Knutscher. Raute, geben und nehmen. Raute, menschlich bleiben. Das ist das Hashtag, ne? Von mir ist das Raute, ne? Raute, Hashtag, heißt doch alles. Raute, menschlich bleiben, geben und nehmen. Jetzt gucken wir mal hier rein. Wir haben jetzt hier etliches Verpackungsmaterial. Das kommt hier alles weg zur Seite. Oh, 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 oh. Hat sie nicht gemacht. Ich glaube, da wird sich jemand freuen. Das müssen wir schnell wegtun. So, das tun wir auch noch weg. Ich hoffe, hier ist jetzt nichts drin. Nicht, dass sich zwischen dem Verpackungsmaterial irgendwas wirklich wegschmeißen. Ich zeige euch erstmal... Ach so, für Pupsi gut. Ich zeige euch erstmal das. Hier ist ein Beutelchen, ein Tütchen. Da sind lauter Teesorten drin. Ihr wisst, wenn ich Sonntag immer streame, Rates für Zuschauer oder so den Sonntagschill. In letzter Zeit gucke ich auch immer Biaschanga ihre Gatten-Videos. Da trinke ich ja immer Tee. Und ich mache mir immer drei Teebeutel in so eine Kanne rein. Und hier sind jetzt verschiedene Tees wieder mal dabei. Detox your feelings. Brennnessel grüner Tee. Mit einer Dame drauf. Die hat auch ein weißes T-Shirt wie ich. Das stimmt meine Schwester. Da sind drei Stück drin. Brennnessel grüner Tee. Dann haben wir drei Stück. Zitronenplätzchen Tee. Dann haben wir drei Stück. Grüner Tee Zitrone. Dann haben wir drei Stück. A Bag of Our Little Dreamer. Bio-Gräulertee mit Kamille, Zitronen, Melisse und Lavendel. Also es wird immer spezieller. Dann haben wir hier Winterapfel. Aromatisierter Früchtetee. Dreimal. Und hier noch Johannesbeere Birne. Also Johannesbeere ohne Haare, einfach als Birne. Hier haben wir was, was da steht drauf für Pupsi. Das fummeln wir auch mal aus dem Beutel raus. Das muss sie ja nicht wissen, dass das für sie ist. Dann ist auch Tee. Bio-Gräulertee mit Kamille. Zwei. Dann habt ihr hier Immune, Immun-Support, natürliche Abwehr. Yogi-Tee, Organic. Also damit ich besser pupsen kann wahrscheinlich. Dann hier drüben ein Sweet Chai-Tee. Und hier ein Throat-Komfort-Halswärmer. Pupsi ist glaube ich gar nicht so der Teetringer. Vielleicht verspeise ich ihre Sorten auch noch. Ne, die wird sie natürlich selber dann zu sich nehmen. Sind wir mal gespannt. Und vor allem danke, dass du an Pupsi gedacht hast. Da freut ihr sich. Hier habe ich jetzt auch einen Halswärmer gefunden. Hier ist nämlich noch so ein Fireball drin. Der Zimt-Whiskey-Likör mit, wo steht es drauf, 33% Zimt-Whiskey-Likör. Wenn ihr mich verfolgt, wisst ihr ja, ich liebe DOSMAS. Den Original DOSMAS Zimt-Likör. Der ist aber wirklich ein Likör. Mit nur also 18% von DOSMAS. Gibt es aber auch den, äh, die schwarze, den Fireshot. Genau, es gibt den Fireshot, den schwarzen DOSMAS in der Flasche. Der ist dann auch mit Whiskey und Zimt. Das ist also die schärfere Variante von dem normalen DOSMAS. Der kommt an den hier ran. Weil das ist ja auch Zimt-Likör mit Whiskey. Aber halt von der Marke Fireball. Ich liebe DOSMAS. Ich liebe Zimt-Likör. Ich liebe Zimt-Likör mit Whiskey. Die schärfere Variante. Durch Kästor haben wir damals den Fireball kennengelernt. Wir haben ein Fireball-Tasting mal gemacht. Also, das kenne ich wie mal in der Westentasche. Ich werde ihn auch jetzt direkt hier aufmachen und hier trinken. Prost auf den Bierschanga. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich tue immer die ganze Flasche in meinen Hals reinlaufen lassen. Also in meinen Mund. Und dann mache ich mit einem Schluck geht das dann runter. Man kann das bestimmt auch schluck, 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 schluck. Dass du ständig dieses Brennen hast und ständig dieses Gefühl. Aber ich lasse wirklich die ganze Flasche erst in meinen Mund laufen. Und einen Schluck, um das ganze Ding dann runterflutschen zu lassen. Also finde ich, irgendwie hast du nur einmal diesen Geschmack und hast halt einmal komplett diese ganze Dose. Was auch cool ist, das sind Plastikflaschen. Das sind Plastikflaschen. Also das kannst du auch jemandem gegen den Kopf werfen und der merkt das nicht mal, weil das Plastik ist. Das finde ich also auch gut. Ich glaube, ich muss, eigentlich muss ich das jetzt hier mal rausnehmen, damit man, also ihr habt, komm, ihr habt es eh schon gehört. Ihr habt schon gehört, die Yanga hat eine Barbecue-Soße kreiert. Hier steht Yangas Barbecue Erstversuch in einer Bulls-Ei-Barbecue-Flasche hat sie Yangas Barbecue Erstversuch gemacht. Hier ist auch ein Aufkleber von einer Katze noch drauf. Hier unten ist ein Aufkleber von einer Katze drauf. Ist auch wieder eine normale Plastikflasche. Richtig schön mit Verschluss aufmachen, zumachen. Hier oben ist auch eine Katze drauf. Und kann die nicht kaputt gehen, wenn die runterfällt. Die werden wir mal testen, mit Nuggets oder so, wahrscheinlich. Stelle ich jetzt erst mal dahin. Diesmal nichts scharfes, diesmal Barbecue. Dann haben wir hier was in einem Glas. Cowboy Candy Chilis. Heißt das Candy? Cowboy Candy Chilis? Cowboy Candy Chilis, was ist das? Das ist auf jeden Fall auch hier. Eingelegt. Innen ist es ölig, ist es essig, ist es beides. Ich sehe rotes, ich sehe grünes. Cowboy Candy Chilis. Sieht aus wie Jalapenos, aber rote und grüne Jalapenos. Die? Auf einen Burger, auf eine Pizza, auf irgendwas. Da bin ich gespannt. Das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Das Gemüse ist frisch. Das muss ja eigentlich gesund sein. So, dann gucken wir mal. Hier ist eine große Flasche. Eine große Flasche Bier. Strahl-Sunder-Pilz. Trinkt Strahl-Sunder-Pilz. Okay. 4,9 Prozent. 0,5 Liter. Strahl-Sunder-Pilz. Das sieht auch gut aus. Das ist bestimmt kein Bier, oder? Kommen wir jetzt mal auf. Das ist Sweet Thai Chili Soße. Ich muss mal, ich... Komm, auf das Unboxing jetzt, auf den Abend. Ich kriege das nicht hin. Ich habe das noch nie mit einer Schere gemacht. Ich glaube, ich muss einfach nur hier vorne mal. So, jetzt haben wir es. Ich weiß nicht, ob sie den Stöpfel braucht. Probieren wir mal einen Schluck von dem Strahl-Sunder-Pilz, wie das schmeckt. Schmeckt wie, wenn ihr dir hier im Edeka hier Ratskrone holt oder irgendwas. Was nicht böse gemeint ist. Ich finde, Ratskrone trotzdem ist ein Bier, was du einfach trinken kannst. Das ist ja recht günstig. Das ist aber richtig schön bierig, schaumig, kräftig, wuchtig. Du merkst das richtig beim Trinken und im Nachgeschmack. Es ist auch nicht so bitter oder so leicht, sondern das sitzt halt direkt hier im Hals. Und das hat so günstiges Bier irgendwie. Aber dieses Strahl-Sunder-Pilz, was halt irgendwie schön edel aussieht, erinnert mich irgendwie ein bisschen auch an einen Hasseröder. Das hat für mich gerade dasselbe Feeling. Also das finde ich auch genial. Das war vom Tee abgesehen. Hier also haben wir die Sweet Thai Chili Soße. Das müsste ja dieselbe sein, die wir schon mal getestet haben, die sie schon mal geschickt hat. Nur in einer anderen Flasche. Wenn das dieselbe ist, brauche ich da ja kein Video machen. Bedanke mich aber trotzdem, weil die mir sehr gut geschmeckt hat. ich die auch wieder mit Nuggets, mit Nuggets, mit Nudeln, mit allen anderen Sachen probieren kann, testen kann. Und dann haben wir noch ein was, das wird euch jetzt am wenigsten interessieren, aber hier im Haus halt wird die größte Begeisterung, den größten Anklang wahrscheinlich haben. Muss ich aber erst mal einen Schluck Bier trinken. Ich weiß nämlich nicht, ist es so warm auf einmal. Ich war kurz, das ist bestimmt der Fireball. Der Fireball, der heizt hier richtig ein. Wenn ich den Karton weglege und euch zeige, was hier als letztes drin ist. So, pass auf. Ein Set Uno-Karten von Pokémon. Ein Uno-Kartenspiel, ein Pokémon Asia Uno-Kartenspiel, Kartgame, Made in China, Uno-Pokémon. Inklusive zwei Special Rules. Ich weiß nicht genau, wie die aussehen. Kann man das einfach aufmachen jetzt? Ich weiß, Marie hat schon so gerne immer hier Uno gespielt. Mau Mau hin und her, bla bla bla. Hat schon auch themenbasierte Spielkarten und Sets gehabt. Die meisten hat sie dann verschlumbert oder hat sie dann weggeworfen. Aber weiß ich nicht. Die sind hier extra nochmal eingepackt. Guck mal, wie schön die aussehen. Einfach hier Uno. Richtig bunt. Dann drehen wir es mal um. Hier eine Eins. Eine Eins haben wir auch da. Ich habe da einen Wünscher. Guck mal. Ein Wünscher mit Gwaijutsu. Die Karten sind schön rechteckig. Ich dachte, bei den anderen, die sind immer am Rand irgendwie ein bisschen abgerundet. Die wirken auf jeden Fall mega glatt. Ich würde die mir so gerne einfach mal alle angucken gerade, aber muss ich ja das ganze Spiel aufmachen. Vielleicht kriege ich das auch hin. Ich habe doch hier eine Schere gehabt. Also mache ich einfach die Schere auf. So, pass auf hier. Ihr habt Starter. Ihr habt den nächsten Starter. Ihr habt, ich muss es glaube ich mal anders rumdrehen, dass ihr das besser seht. Wir nehmen uns die Zeit und gucken jetzt uns einfach auch nochmal die Pokémon an. Ich hoffe nur, der Akku hält durch. Junge, wo ist das hier zugemacht? Komm mal her. Du hast mich eben schon vorgeführt. Du kommst jetzt hier raus. Da wird sich Marie, denke ich mal, wirklich freuen. Das heißt, wir legen das jetzt mal hier so. Machen das jetzt mal ganz anders. Legen das jetzt einfach hier so runter. Ich gucke mal, ob das passt. Wenn wir das so zeigen wollen, habt ihr hier nämlich einen Wünscher. Ich habe hier eine 2 in blau. Das kennt ihr ja. Hopplo oder wie es heißt. Das sind ja die ganzen komischen Starter, die ich nicht kenne. Das ist eine 3. Agurag ist dabei hier als 4. Turdok hier als 5. Digga Bisa Floor. Als 6. So zweimal ist das. Ah hier. Sakyan Samasenda. Das müsste hier in der Königsform. Das kann ich gar nicht unterscheiden. Jetzt hier wieder Sakyan oder Samasenda. Mewtwo. Mewtwo ist die 9. Oh. Wechsel. Wechsel mit Meltan. Victini. Plus 2 fressen. Äh. Aussetzen. Mit incognito. Pikachu 0. Dann hier wieder 1. Plus 4 fressen. Die ganze Evoli-Familie. Ditto. Wünscher. Das ist richtig krass. Dann haben wir hier jetzt wieder die verschiedenen Farben. Das seht ihr. Das geht alles hier drin mit Grün. Das ist richtig cool. Danke Bierschanga. Ich weiß jetzt schon, das darf ich Marie nie in die Hand geben. Also wenn wir mal spielen wollen, dass ich das auspacke, dass ich das danach auch wieder einstecke. Sonst weiß ich das. Oh, relaxo. Relaxo. Der Fünscher schwarz. Guck dir das an. Sonst ist das halt leider so, da tust du das Set hin und nach 2-3 Tagen so fehlen dann plötzlich 20.000 Katten. Obwohl es viel weniger eigentlich sind. Und das ist halt schade, aber so geht die halt mit ihren Sachen um. Das heißt, wir bläddern jetzt nochmal hier durch. Ihr seht, das ist jetzt auch alles hier auf gelbem Hintergrund, dass ihr die 4 verschiedenen Farben habt. Hier Mewtwo, wieder Victini, alles dabei. Die E-Cocletos, Pikachu, Chimpep oder wieder heiß, relaxo. Bei Jutsu hier, ne, tauchen Karten auf. Ich glaube, die Wünscher sind immer alle anders. Wir haben Relaxo-Wünscher. Wir haben ein, hab ich schon wieder vergessen, Wünscher. Der Fireball, der wirkt immer noch, merke ich gerade. So ein Mewtwo. Hier, Victini, alles klar. Und nochmal Pikachu hinten. Also das ist, das ist wirklich genial. Das ist, weiß ich nicht. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich Bierschanga damals das, äh, das, das Lego Mau Mau geschickt hab. Das ist auch, wir waren im Urlaub, Legoland, was Pablo, äh, Pablo damals mir die Karten geschenkt hat, dass man da hin kann zum Legoland. Für 4 Personen waren wir dort, im Souveniershop. Marie wollte unbedingt das Legoland Mau Mau haben. Ich hab gesagt, wir haben doch schon 5 Mau Mau zu Hause. Ja, aber ich will unbedingt das Mau Mau. Dann haben wir das gekauft, also Sandra hat das gekauft. Ich war ja dagegen, ich bin ja immer der Böse. Er hat zu Hause 2, 3 Mal mitgespielt. Beim nächsten Mal Zimmer aufräumen, schon gesehen, da liegen Katten von dem Mau Mau im Mülleimer. Manche hier in der Küche, manche dort im Zimmer. Ich hab gedacht, das kann doch nicht sein. Ich hab das raus, hab die alle mir wieder aufgehoben, hab die alle gesucht. Und, dann hab ich gedacht, wenn die das wegschmeißt, oder weil die halt einfach keinen Bock mehr drauf hat, dann schick ich das einfach der Bierschanga. Als ich der Bierschanga mal ein Fan-Paket gemacht hab, hab ich die dann reingepackt, hab ihr das geschickt. Das war leider nicht vollständig, das Set. Da hat, glaube ich, eine Katte gefehlt. Oder zwei. Auf jeden Fall hat, nachdem sie das hatte, und ich hab das in dem Video gesagt, und Bierschanga hat das gesagt, war Marie natürlich sauer. Und ein paar Tage später hat sie in ihrem Zimmer sogar die fehlende Katte gefunden. Hat dann gesagt, ach guck mal, hier ist noch die Katte. Naja, ist eh zu spät. Also so ungefähr hat sich die Geschichte zugetragen, Jonathan Franks. Und vielleicht ist das jetzt die Retour-Kutsche, weil ich ihr das Lego Mau Mau geschickt hab, schickt sie mir das Was ist das? Da hinten sind Tiere. Schickt sie mir das Pokémon Uno, das Pokémon Mau Mau. Mau Mau und Uno ist doch im Prinzip genau dasselbe, oder nicht? Jetzt habt ihr so ein Stabel Katten hier noch mit Relaxo. Das ist auf jeden Fall cool. Danke Bierschanga. Das muss ich in Ehren halten und niemals an Marie geben. Immer bei mir behalten, dass da nichts wegkommt. Und da kann Jonas auch noch mitspielen später. Da kann ich mit der Mama spielen, da kann ich mit Pupsi spielen. Wenn Scheinux kommt, kann ich mitspielen. Wenn Hannes kommt, können wir mitspielen. Also wenn ich Bierschanga mal wieder sehe, können wir mitspielen und gucken, ob noch alle Katten da sind. Das ist wirklich das, das freut mich jetzt extrem. Also ich habe das zwar als erstes gesehen, als ich das Paket aufgemacht habe, aber mir ist gar nicht in dem Moment bewusst geworden, wie schön und wie toll das eigentlich ist. Jetzt wo ich mir die Katten angucke, merke ich erst mal, dass das halt einfach cool ist, dass das toll ist, dass das, weiß ich nicht. Ich bin ja gar nicht so ein Pokémon-Fan komplett, aber das finde ich jetzt schon wieder richtig genial. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus, das Paket ist Lea Dange Bierschanga. Wir haben ein Bierpaket, wir haben ein Paket von Bierschanga, checkt mal Bierschangas Kanal ab, die kocht auch immer gern, die zeigt euch auch, wie sie ihre Soßen machen oder andere Gerichte und zeigt euch ihren Garten, geht trotzdem auch wandern, macht auch Challenges, Salt Chip, Hot Chip, alles was es da so gibt. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und wenn ich es nicht vergesse, werde ich dir Bierschanga ihren Kanal auch unten nochmal verlinken und ich merke immer noch den Fireball, deswegen muss ich den Rest von dem Bier noch kurz wegschlürmen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.